Hi, herzlich willkommen zurück. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, aber bei uns war ja auf einmal der Punkt weg gewesen, von wegen ich soll das abschließen. Ich dachte mir, okay, vielleicht muss ich hier noch irgendwas machen, vielleicht habe ich ja was vergessen. Oh. Also, ob es das stimmt, weiß ich nicht, aber es sieht ja so aus, als ob ich hier irgendwo weiter hinkomme. Zumindest zum Teil. Kann doch sein, dass das gar nichts zu bedeuten hat. Und dass das nicht das Ritual ist, was wir machen sollen. Ich kann es ja bald ehrlich nicht denken. Okay, hier ist Alpha-Wand. Scheiße. Ansonsten werde ich halt das mit der Jukebox nochmal ausprobieren. Ich hätte halt gerne versucht, da oben nochmal hinzukommen. Ja, wir machen das mal auf. Was mir aber auch aufgefallen ist... Ach doch, wir kriegen Material. Ich wollte gerade sagen, ich habe da noch nie was rausgekriegt. Liegt nochmal hier rüber. Vielleicht habe ich... Äh... Nein! Schwein gehabt. Nein, lass mich durch! Ach, scheiße. Ich weiß halt auch nicht, was ich jetzt machen soll. Vielleicht ist das wieder so ein Mist, was halt... Naja, ich sag mal gut gemeint, aber dann halt doch ein bisschen doof. Ich glaube, im Basislager waren wir auch noch nicht so richtig, ne? Ich meine, ich kann auch mal versuchen, da hinzukommen. Aber ich glaube eher nicht, dass mir das großartig was bringt. Dann würde ich nämlich wieder Schnellreise zum Dings einfach machen. Ähm... War das hier? Ja, eine Schnellreise zum... Zur Jukebox. Und wir haben ja da noch ein paar. Also mal gucken, was da kommt. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt was Besonderes ist oder nicht. Aber dann könnte ich mal da nachgucken. Und vielleicht... Wenn ich mal überlege, das Basislager müsste ja eigentlich da drüben sein. Also, äh... Quasi hier. Und weh, das Scheißding geht jetzt nicht auf. Toll, das Scheißding geht auch nicht auf. Toll. Tolle Wurst. Gut, da drüben durfte ich aber... Ist das irgendwie ein Easter Egg? Wenn ja, dann cool. Aber ich verstehe es halt nicht. Was macht die fucking Katze hier? Ich weiß, die Dinger heißen anders, aber trotzdem. Gut, da komme ich auf jeden Fall nicht hin. Ich probiere es nochmal rüber zu kommen, ohne zu sterben, wenn es geht. Und ich glaube, ich habe hier wieder genug Zeug verdient, um noch mehr Token zu kaufen. Hier komme ich auch gar nicht hin. Ist halt echt ein bisschen... Schade, ne? Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das wieder so ist. Wann mal, habe ich hier überhaupt einen Schnellreisepunkt? Hier ist bloß die komische Höhle. Doch, vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, auf die andere Seite zu kommen. Das würde ich halt gerne probieren. Vielleicht gibt es ja da was. Und von mir aus können hier auch Gegner kommen. Ich würde halt gerne mal wissen, wie viel Zeug ich habe. Ob ich mir wieder ordentlich was kaufen kann. Weil da haben wir 10 Token. Anstatt nur 8. Ist ja auch mal was. Ah, das war der Gang, wo ich nicht reinkam. Also zumindest nicht mit meinen momentanen Mitteln. Aber komme ich dann überhaupt auf die andere Seite... Hey, Leute. Ach, komm. Da war noch ein Gang, aber da bin ich auch nicht lang gekommen, ne? Ich gucke bloß mal ganz schnell. Der ja theoretisch hier sein müsste. Und ich habe die ganze Zeit im Kopf dieser... Ach so, das war der. Äh. Äh. Dieser eine Gang, der oben drüber geführt hatte... Wo ich mit der da komme, was später vielleicht erst an... Ob ich jetzt die Möglichkeit habe, da hinzukommen. Ach so, das sind ja wieder die fucking Geysire. Kann ich mich jetzt schon, ohne dass ich sterbe? Ist okay. Theoretisch müsste ich da vorne irgendwo nach rechts. Also. Ich meine, hier kann ich ja easy peasy rüber. Vielleicht ist das auch bloß eine Alternativroute für die, die die Waffe gewählt haben. Das kann natürlich auch sein. Ah. Komm schon. Madame. Ähm. Äh. Wird so wahrscheinlich auch sein. Aber ich komme ja von hier aus auch gar nicht da rein, ne? Das wuppt mich jetzt ein bisschen. Weil geradezu... Da geht's zu dem Annahmen. Ich hätte halt... Oder ich habe nicht richtig geguckt. Ich kann noch irgendwie mal ein bisschen weiter nach oben. Das kann ich nicht rausziehen. Okay, vielleicht soll ich mich beeilen, weil die Dinger sind echt schnell weg. Theoretisch. Hier oben ist aber kein Gang. Aber so wie ich es gesehen habe, muss hier ein Gang lang gehen. Der ist direkt... Oder ist der direkt hinter uns? Theoretisch muss hier ein Gang sein. Ich weiß, sie stürzt jetzt in den Tod. Aber man muss halt mal gucken, ob hier unten vielleicht irgendwas ist. Nein. Nein. Schade. Schade. Okay, hat nicht funktioniert. Aber entweder ist er weiter oben drüber. Oder vielleicht komme ich da auch gar nicht hin. Oder erst später... Ich weiß es nicht. Ich wollte halt unbedingt... Wäre halt cool gewesen, wenn du da drauf stehst. Und du kannst dann da... Musst runterschwimmen. Und da ist halt der Gang, wo du dann irgendwie weiterkommst. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie ich da an der Stelle weiterkomme. Vielleicht hilft es ja auch, wie es gerade eben... Oder wie es gestern, besser gesagt, in der Folge war. Dass ich einfach... Ähm... Warte mal. Ich mache mal eine Schnellreise. Das war ja bei unserer Geschäftsleitung. Genau. Mache ich mal hier hin. Da kann ich neue Tokens gleich kaufen. Und dann gucken wir mal, was wir da noch so kriegen. Oder was wir da als nächstes machen können. Das finde ich halt ein bisschen doof, wenn das jetzt gerade ein bisschen buggy ist. Aber das könnt ihr vielleicht nachvollziehen. Und vielleicht habe ich auch einfach Glück, wenn ich dann einfach eine andere Mission irgendwie annehme, dass sich das dann klärt. Und dann stehen da auf einmal drei, äh, Energiedinger. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Also ich hoffe nicht, dass sich, äh, dass sich das Spiel so lange Zeit lässt. Ähm. Oder dass die dann erst von der Community gesagt kriegen, ey, du, das funktioniert nicht so richtig. Da fehlt was. Äh, was halt doof, ja. Ähm. Und dann erst, ich erst auf den Patch warten muss. Sehr ungünstig. So, jetzt muss ich aber mal gucken, wo habe ich denn dieses Scheißding gehabt? Hatte ich das hier unten? Achso, ich kann ja meine Kräfte hier nicht nutzen. Äh, wo hatte ich denn das Teil? Also hier ist es nicht. Naja, ich habe schon wieder Besuch. Also hier ist es nicht. Das ist zu weit weg. Ich weiß nicht ganz genau. Ich habe da zwar auf die Karte geguckt. Aber ich weiß halt nicht ganz genau, wo das ist. Weil ich dachte, denke immer hier durch diese Teile vom FPC, dass das damit irgendwie zusammenhängen könnte. Schauen Sie vorsichtig da draußen direkt wo rennen soll. Ja, halt die Klappe. Hier kommen wir ja bloß zum Dings. Warte mal. Hä? Jetzt muss ich mir auch noch merken, wo die Sachen sind. Ach nee, das ist ja bloß der Fahrstuhl. Nee, hier war ich glaube ich definitiv nicht. Halt die Klappe. Das hatten wir schon. Ich bin halt hier einfach irgendwo lang gelaufen. Und dann war ich auf einmal da. Wo ist denn der komische Raum jetzt? Ach, der Raum ist das. Okay. Halt. Ich wollte ja noch was kaufen. Kann man jetzt hier nämlich auch machen. Ich weiß nicht, ob das bloß Sachen sind. War das bei der Strahlwerkstatt? Ich glaube schon, ne? Jukebox-Token. Und hier ist halt das günstigste. Du kannst, wenn du gleich ein Fünfer-Set holst, Spaß halt hoffen. Und ich nutze halt die Dinger sowieso nicht weiter. Ich habe jetzt zehn Stück. Alles okay hier, Direktorin. Mo- Moment. Hauptziel? Der Nagel. Ja, ja, aber... Geht's zum Lagerhaus? Geht's zum Lagerhaus? Schmeckt mir jetzt so gar nicht. Ich hoffe bloß, das geht schnell. Weil wenn ich da jetzt bloß wieder irgendwelche bekämpfen muss... Geht's zum Lagerhaus? Ich geh mal zum Lagerhaus. Wenn ich da bloß wieder irgendwelche bekämpfen muss, ist es halt schon eine ganze Weile her. Ja, war ich im Plan? Ich hoffe, das nirgends kann. Mhm. Ne, wenn ich da jetzt einfach bloß wieder irgendwelche killen soll, weil da irgendwie wieder was ausgebrochen ist. Das habe ich nämlich vergessen gehabt. Aber weil halt... Es steht halt Hauptziel da. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich jetzt ein Hauptziel ist, ob das wichtig ist. Ich kann's mir eigentlich kaum vorstellen. Aber... Weil wir hatten auch Hauptziele nie mit, ähm... Na, mit einer Kopplung. Also mit einer, äh, Zeitkopplung. So. Ich will es mir jetzt nicht sagen, dass das... Hä? Wer ist denn er hier? Okay, vielleicht... Scheiße, warte mal. Ey, ich brauche doch bloß einen von euch, Mann. Um mal ein bisschen Ruhe zu haben. Okay, okay, okay. Jetzt weiß ich... Oh, halt. Stimmt, ich erinnere mich wieder. Alter, kann ich jetzt mal ein... Hä? Hallo? Wollte ich gerade sagen, einen hatte ich noch gehabt. Ach, shit. Runter da, runter da. Okay, das macht er jetzt hier eine halbe Stunde. Wow. Zwei von den Dingern von ihm. Was? Was willst du denn jetzt, Mann? Lass mich mal hier unseren Freund... Ah, warte mal. Komm, mach nochmal. Jetzt will ich es wissen. Ja gut, können wir auch machen. Hä, 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 hä. Okay, gut, dass ich den noch mitgenommen habe. Äh, was willst du? Hallo, hallo, hallo. Nicht so schnell. Okay, ja, ja. Okay, den habe ich aus Versehen getötet. Das wollte ich jetzt natürlich nicht mehr. Aber das Gute ist... Mein Kumpel da... Ja, geil. Gut, ich habe auch einen Token gekriegt. Ja, gut. Ja, komm. Dafür hat es sich vielleicht gelohnt, aber... Okay, haben wir mitgenommen. Schön, alles schön und gut, aber trotzdem. Warte. Direktorin Faden hier. Ich brauche einen Ranger an meinem Standort. Genau. Du gehst da mal schön hin und pass auf. Wir stecken zusammen drin. Alter, ich kenne dich nicht. Und nein, tun wir nicht. So bin ich hier... Ne, Lagerhausfahrt. Warte mal. Scheiße. Ich wollte einen Schnellreisepunkt nehmen. Ja, gut, haben wir so ein Ding auch mal gemacht, aber trotzdem ist... Wo ist denn jetzt? Hier ist es. Na gut, reisen wir wieder zurück. Ich werde mich das nächste Mal nicht davon beeinflussen lassen. Keine Sorge. Vielleicht ist es auch ganz gut so. Dann kommen wir wenigstens auf unsere übliche Zeit, ne? Falls... Falls ich da jetzt nicht weiterkomme bei der eigentlichen Mission. Ich glaube, so lange geht das halt an sich... Das DLC nicht. Wo ich schon sagen muss. Also wenn du halt probierst, nochmal alles mitzunehmen oder... Naja, alles zu machen, hast du bestimmt nochmal... Fünf... Fünf Stunden oder so. Also wenn man sich genauso prastisch anstellt wie ich, ne? Also... Muss man auch dazu sagen. Und vielleicht auch ein paar Mal stirbt. Obwohl mittlerweile kommen wir ja ganz gut durch. Und ich sag mal, für die DLC... Äh... Vollkommen... Für mich zumindest vollkommen ausreichend. Warte mal. Ne, war das nicht hier hinten? War das... Ne. Das war der schwarze Raum, der da unten mehr ist, ne? War das hier? Genau. Weil ich mir... Zum Beispiel... Es gibt auch einige Vollzeit... Äh... Vollpreistitel... Die vielleicht nicht mal so lange gehen. Und ich sag mal, ich hab ja hier... Ähm... Mir die... Digital Deluxe Edition damals gekauft. Ähm... Einfach bloß, weil ich da mehr Missionen bei haben wollte. Wo ich aber glaube, dass die nicht mal unbedingt im Hauptteil waren. Sondern dass die jetzt halt erst kommen. Ähm... Und dafür ist es dann halt auch gratis mit drin gewesen. Ich sag mal, zugesehen für 10 Euro mehr. Und es kommen ja auch noch, glaub ich, mehr Dinger. Warum nicht? Okay, das sind nur Expeditionen. Wir können ja mal machen. Also es... Ne? Und dann nehmen wir im Steinbruch-Areal Beta-Expeditionen um 1. Ich hatte Modifikationen zu erhalten. Okay. Wenn du die vier Ziele abschließt... Äh... Abschließt, öffnet sich die Formation und enthüllt die Belohnung. Okay. Herausforderung der Expedition mit seltener Belohnung. Sehr Herausforderung der Expedition. Ich bin mit Erstklass der Belohnung. Und Herausforderung... Ja, ach, deshalb brauchen wir so viel. Ich hab 17? Belohnungsexpeditionsausrüstung. Ach. Ich kann erst mal bloß eine wählen. Ich mach einfach mal. Wir gucken mal. Weil momentan... Ich hoffe, dass wenn ich das jetzt so gesehen wieder resette, dass ich dann halt auch weiterkomme. Ansonsten muss ich mal gucken. Das find ich halt ein bisschen schade, schade. Oder ich hab's halt... Ich hab halt mich nicht wieder richtig umgeguckt. Kann ja auch sein. Und dann passt das halt nicht. Na, dann ist klar, das ist mein Fehler. Bloß weil ich nicht richtig geguckt hab. Aber ich hab überall geschaut, ob ich da irgendeinen Kackwürfel finde, damit ich den Strom anmachen kann. Ich hab halt keinen Würfel gesehen. Das ist halt doof. Vielleicht sind die ja, nachdem wir das hier dann beendet haben, wieder da. Und dass ich mir das nicht unbedingt nur einbilde, hat man ja in der einen Folge gesehen. So. Untersuche und schließe die vier Sitzungsbereiche. Ach, jetzt kann ich überall hier hin. Okay. Und es wird halt einfach bloß immer schwerer und immer schwerer. Das Ding ist, so eine Sache würde ich mir aber eigentlich echt gern für den Stream aufheben. Also ich werde es einmal... Einmal machen. Oder die leichteste. Ich glaub, die anderen Sachen werde ich eher Stream machen, weil ich darauf verkacke. Sinderplatte. Das Ding ist, ich werde überhaupt nicht gucken, was ich hier... Alter, was ist denn das? Boah, ich... Alter, ich seh gar nicht. Das ist alles nur rot. Muss ich mich verarschen. Das ist alles nur verfuckt rot. So. Nein! Oh. Jetzt weiß ich auch, warum das die ganze Zeit rot war. Alter, leck mich am Arsch. Die Schrei, Alter, die zieht einen immer so viel ab. Ich hab überhaupt gesehen, es war... Boah. Ihr habt's ja selber gesehen. Ich mein, was soll ich da noch weiter erzählen? Ach, nee. Das ist dann wirklich eher was für ein Stream. Da werde ich wahrscheinlich auch sehr lange dran sitzen. Das Ding ist, es macht halt voll viel Gag-Sagg. Voll viel Spaß. Und ich denke so, es gibt's auch neben dem, weil ich da ja auch viele gemacht hab, zum Beispiel Death Stranding, die ganzen, die ganzen Dattel-Line-Sachen mit Pakete ausliefern und so. Auch wenn's nur Pakete ausliefern ist, gar nicht mal Story machen. Ach, hätte ich eigentlich auch im Stream machen können. Ne? Weil das ist ja so eine Sachen, denen dann halt auch übelst Spaß machen. Aber ich hoffe, mir fällt nichts auf dem Kopf. Momentan bin ich ja, oder wie von Anfang an eigentlich bei den Streams, ist auch Story-Sachen. Und dann die nächste Story-Geschichte und lalala. Außer Forrest war, glaube ich, das einzigste, wo ich wirklich mal ganz still hier mal rumdaddeln war. Werden die Daten? Okay, das Ding ist, ich hoffe, hier kommt keiner. Also, gut, von mir aus kann die da kommen, aber nicht so eine blöde Alte, wie gerade eben. Untersuchen und schließe die vier Zussbereiche. Ja, da bin ich ja noch nicht. Was ist das da drüben? Hallo? Hä, was war das denn jetzt? Ich hasse das. Komm. Willst du mich verarschen? Klar, ich hab... Oh. Alter. Ich hab eine recht gute Regeneration. Ne, warte mal. Shit. Eigentlich eine recht gute Regenerationsrate. Glaube ich zumindest. Ey, wovor rennt er denn weg? Tschüss. Okay, das ist meiner. Okay. Ich bin noch nicht fertig. Aber die Fünfer sind halt eigentlich... Wir müssen es mal so sagen. So nimm's lame. Aber schon viel, viel Schlimmeres erschaffen. Wollte ich gerade sagen, erschaffen. Au. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Ich hab ja gerade wieder das Kreischen gehört. Das ist gar nicht die alte... Das sind ja die Kackviecher. Wo? Wo bist du? Ich hab dich gehört. Ich möchte dich heilen. Von deinen Schmerzen. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Deshalb... Deshalb... Hallo, willst du mich verarschen, Mann? Ich weiß zwar nicht. Schießt dir das selber? Na klar schießt dir das selber. Warte. Tja, Junge. Scheiße, wahr? Ja, jetzt wär's der Mia. Für die nächste Welle, auch wenn nicht mehr so viel kommen sollte. Dürfte. Oder wieder so ein, so ein, so ein, so ein... Wo ist denn hier? So ein Assi. Ja, ich bin noch nicht fertig, ich würd grad sagen. Kannst ruhig wieder ein neues spawnen lassen. Aha. Ich würd grad sagen, wichtig, dass wir den wegkriegen. Sind das jetzt zwei von denen? Alter! Komm, nimm dir, nimm dir, nimm dir, nimm dir, nimm dir. Oh nein, das ist ja wieder so ein Fuzzi, der sich hier... Oh, ich wollt grad sagen, warum kann ich den immer noch nicht? Jetzt kann ich. Stellvertretender Agent, toll. Oh, aber lange. So, jetzt geh ich da rein, weil jetzt hab ich nen ordentlichen Kumpel, der den Rest für mich macht. Ja, guck, ich bin die Fliege gerade. Alter, geht weg. Das ist so ein richtig beschissen, beschissen Typ, als ich bei sich anders enden zu haben. Das ist schon nice. Hauen sie mal ab. Äh. Muss ja jetzt noch sterben, ja, ne? Kehre zur Formation zurück. Alles klar. Mach mal das heute, ich glaub schon, oder? Vielleicht hab ich ja Glück, wenn ich das nächste Mal, oder wenn ich dann in der nächsten Folge das mache. Es dauert zwar relativ lange, aber wenn ich mal überlege, ich weiß nicht, ob die Zeit da angehalten wird. Oder ob ich jetzt wirklich plus 20 Minuten dafür Zeit hatte. Dann wird die Folge halt mal länger, dann hab ich das auch gezeigt. Was man hier so schönes machen kann. Die anderen Sachen mach ich dann, glaub ich, hier im Stream. Okay. Das war hier vorn das Kack-Ding, was nicht funktionieren wollte, ne? Und das war ja noch die leichte Variante, glaub ich. Ich weiß nicht, ob wir dann noch einen anderen Ort kriegen. Wär eigentlich ganz cool. Oder ob's dabei bleibt. Hat der jetzt schon mal gut angefangen. Okay. Noch seh ich keinen. Platte C. Was meinen die denn mit Säubern? Oder ist das hier bestimmte Platten unterteilt? Kann natürlich auch sein. Wollt grad sagen, du brauchst hier gar nicht auf blöde Ideen kommen. Also ich hab noch kein bisschen Säubern. Hä? Weil es wär quasi genau dasselbe, was wir gerade eben schon... Ach! Ich muss hier einfach bloß drinnen stehen bleiben, oder was? Ah, das muss man auch erst mal wissen. Okay. Die Platte ist gesäubert. Schau, Jungs. Ach so. Ich muss da bloß drinnen stehen bleiben. So, wie komm ich zur nächsten Platte? Ach, guck mal. Nein. Böse, böse. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht übermütig werde. Toll. Nein! Oh! Gott! Alter! Hab ich's? Nee, hab ich nicht. Fuck. Scheiße, ich brauch unbedingt irgendwas. Jetzt versteife ich mich zu sehr auf das. Warte mal, warte mal, warte mal. Jesse, renne mal. Ja, doch. Boah, fuck. Ja, doch, den nimm mal mit, den nimm mal mit, den nimm mal mit. Okay, warte mal. Ich glaub, ich hab die Platte auch gesäubert. Das Blöde ist bloß... Ich bin so gut wie tot. Alter, das kann doch nicht sein. Weil ich brauch die Dinger. Aha! Da ist das Scheißding. Ich hab das nämlich schon gesehen gehabt. So, warte mal. Nicht draufgehen. Nicht... Komm mal her, komm mal her. Nicht draufgehen. Nicht draufgehen. Du kommst mit rüber. Zum nächsten Teil. Du brauchst hier gar nicht oben anfangen. Das ist meine Kugel. Schnauze hier. So. Äh... Ich brauch noch... Ich brauch noch... So, äh... Platte A. Wo ist Platte A? Und die Zeit rennt halt wirklich oben mit weg, ne? Ich glaub, ich hab Platte A gefunden. Ich hoffe, das Kackding kommt auch mit. Warte. Hä? Ich musste... Nein! Die fucking Platte hab ich schon. Die hab ich schon. Dann muss das doch theoretischerweise hier drüben sein. Hier war ich noch nie. Scheiße. Das hat doch fast im Arsch, ne? So, noch ein bisschen mehr Schutz. Der ist weg, leider. Okay. Piss dich. Okay, ich kehre zur Formation zurück. Okay, ciao. Okay, ich musste bloß die Dinger säubern. Oh, das ging ja doch jetzt. Aber so viel Zeit haben wir nicht mehr. Und ich werde euch auf jeden Fall berichten. Oder ich werde... Ihr werdet's ja dann sehen. Ähm... Ob das halt wirklich wieder so ein kleiner Bug war und ich dann weiterkomme oder nicht. Ansonsten muss ich halt suchen. Und das kann dauern. Und wir haben ja jetzt bloß noch zwei Dinger. Dann haben wir das auch gerade. Ich hoffe bloß, beim letzten Mal... Also ich hab jetzt ungefähr fünf Minuten, glaube ich, gebraucht. Ich weiß halt nicht, was mich hier erwartet. Das ist immer das Problem. Stell die biometrische Protokolle. Ja. Hä? Was soll ich hier machen? Warte mal, ich brauche... Ich wollte gerade sagen, ich brauche erst mal einen Kumpel. Alter, das kann doch nicht sein. Warum brauchen wir so lange? Nein! Warte. Erstmal mal einen Kumpel haben. Ganz wichtig. Oh nein! Wo ist denn das Ding? Ich weiß nicht mal, wie ich das denn hier machen soll. Okay. Also ich muss einfach alles vernichten. Das kann natürlich hoch sein. Wäre schön, wenn das reichen würde. Ach, das ist ja wieder ein Dicker. Nein, keine Kreis, alte... Alter! Das ist mein neuer Freund. Okay, ich habe das Ding noch. Ich habe das Ding noch, das ist gut. Ich glaube, das Ding ist jetzt im Arsch. Weiß ich nicht genau. Oh, diese... Ja, 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 ja. Was? Stell die biometrischen Protokolle der Totenranger sicher. Also muss ich ja im Endeffekt bloß was suchen, oder was? Ich entferne mich, glaube ich. Okay, Gott sei Dank. Hat man da eine Hilfe? Willst du mich eigentlich verarschen? Wo ist denn der Dicke? Warum dauert das so lange, das herzustellen? So, piss dich mal. Warte, dann haben wir gleich zwei. Lass dir mal bitte in Ruhe, Typ. Da habe ich jetzt schon was hergestellt. Ich habe vorhin Ruhe gehabt. Ich habe so schön viel Ruhe gehabt. Wie lange brauchen die dafür? Okay, den kann ich eigentlich auch ganz gut gebrauchen. Ah! Lad nach, Mann! Oh, oh. Nein! Willst du... Entschuldigung. Boah, ey. Ich will das jetzt aber noch schaffen. Ich weiß, wir sind schon wieder drüber und so. Und eigentlich hatte ich auch gedacht, okay, gut. Vielleicht schaffst du das ja wirklich so ins Video rutschen. Vielleicht spiele ich heute Abend auch nochmal eine Runde. Was macht halt echt Gaudi? Und das zu zeigen, ich weiß nicht, ob das interessant ist zum Zusehen oder... Ähm, ich hoffe es zumindest. Warte mal. Muss man mal an einem Bildschirm richten. Ähm. Aber halt zum Selberzocken ist das halt... Es macht halt voll Fun. Und ich bin jetzt nicht mal gefrustet, weil... Das Blöde war, ich habe den zu spät gefunden. Ich habe erst alles gesäubert gehabt. Wir haben einen Typ mit einem Granatwerfer dabei gehabt. Was geil war. Bin ich jetzt komplett draus? Jetzt habe ich bloß noch neun Minuten. Aber das braucht halt... Ich weiß nicht warum. Sie braucht halt unglaublich lange. Also ich hoffe, dass ich das doch bis zum Ende jetzt hier durchführen kann. Oder weitermachen kann. Wir fehlen jetzt drei Minuten. Normalerweise kannst du sagen, okay... Fünf Minuten pro Ding bist du durch. Dicke. Ich muss mich halt jetzt so übel beeilen. Und ich habe halt ein bisschen Schiss, dass das nicht der einzigste Tote Ranger sein wird. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Schiss, dass das nicht der einzigsteht. Junge, danke. Nein, hier kommt schon wieder der nächste Arsch angekrüppelt. Ich habe doch für so eine scheiße keine Zeit, Mann. Hä, habe ich den jetzt nicht getötet? Ich sage, ich brauche was Blaues. So, wo ist denn der jetzt? Ah! Ja, toll. Habe ich mir in eigenem Fleck geballert. Shit. Nein! Irgendwie habe ich... Wow. Manchmal das Gefühl, ich... Auch wenn ich die kalt mache, ich kriege nach Furnished. Ich bin gleich wieder am Arsch. Das wird niemals... Das wird niemals... Besonders, ich wollte gleich zum Scheiß-Typen. Leck mich. Okay, ich gucke mir jetzt die andere Seite an. Wenn ich es nicht schaffe, kommt im Stream vorbei, wenn es mich interessiert. Ah, Mann. Ich will... Dieser fucking Zeitdruck. Dieser fucking Zeitdruck. Und ich weiß halt nicht, was da los war. Ich sollte die biometrischen Blah... Und ich saß da halt eine Ewigkeit. Ich habe auch nicht gesehen, dass da irgendwas... Vollgemacht worden wäre oder so. Beeil dich mit deinem scheiß Ladebildschirmspiel. Das nervt auch, ey. Aber ich weiß halt nicht, ob das notwendig sein muss. Wahrscheinlich schon. Nein. Mach hin, ey. Ich will wenigstens die anderen Plattformen ausnehmen. Die werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Ey, ich weiß nicht. Aber das ist halt auch ein cooles Ding, wo du halt... Spielern noch bei, sag ich mal, bei Laune halten kannst. Auch nochmal so ein bisschen extra. Ein bisschen extra. Ich sag mal so, ich würde das jetzt nicht machen und mich aufregen. Wenn ich wüsste, wo es bei dem anderen weitergeht. Aber ich nehme jetzt schon mal was. Verbrenne das vom Zwischenbefallenen Material. Verbrennen. Wie soll ich denn das? Womit denn? Oh. Warte. Also, hier ist ja eh alles rot, ne? Aber gibt es hier bestimmtes befallenes Material? Ich meine, theoretisch müsste mir das Rot anzeigen. Warte mal, ich will bloß mal gucken, ob das das hier zum Beispiel ist. Das leuchtet so schön rot. Ich kann nicht sprinten, während ich das in der Hand habe. Fuck. Ich will bloß mal wissen, ob es das Richtige ist. Ja, passt sogar. Geil. Äh, so. Wo seid denn ihr los? Ah! Ich hasse die Alte. Piss dich. Piss dich. Wollte mir jetzt die ganze Zeit auf den Sack gehen, ne? Ah! Was muss ich denn da sehen? Ich bin gleich wieder tot, ne? Ich mach das... Ah, nee. Das wird nicht spät. Ich mach das zu hisselig. Ich mach das echt zu hisselig. Fuck. Fuck. Und ich schätze mal, dass meine Token halt auch weg sind. Äh, ich weiß jetzt nicht genau. Wir haben wahrscheinlich jetzt 40 Minuten oder so. Äh, es ist halt... Ich würde aber trotzdem gerne nochmal gucken, ob da jetzt sich vielleicht was getan hat. Ich würde es auch lustig finden, wenn wir das erst machen müssen, weil das eine war ja auch so ein Würfel gewesen für Strom. Und wir müssen das erstmal befreien, damit das da wieder auftaucht. Dann würde das für mich noch Sinn machen. Aber ich glaub's eher nicht. Aber das Ding ist, wie komme ich denn jetzt hier raus? Gar nicht, ne? Alter, mach ihn mit dem Ladebildschirm. Einfach abhauen kann ich, glaub ich, nicht, ne? Ich muss warten, bis die Zeit rum ist. Oder? Ich kann's ja mal versuchen. Ah. Wenn der... Wenn der Zeitdruck nicht wäre. Weil jetzt hab ich mich echt versucht, irgendwie zu beeilen, die Dinger schnell zu kriegen, um vielleicht doch noch... ...die Chance zu haben. Ne? Das ist da ein Schnellreisepunkt. Karte gar noch nicht kartografiert. Okay. Ne, so ein Schnellfall. Äh, warte mal. Vielleicht kann ich das auch schneller abbrechen. Mission. Kann ich nicht. Okay, dann hätte ich das ja jetzt eigentlich nochmal machen können. Schade. Es ist cool. Es ist abwechslungsreich. Es ist... Ja. Dann doch schwerer, wie ich dachte. Wahrscheinlich ist es einfach auch meine eigene Blödheit, weil ich halt immer mitten reinrenne. Ne? Sollte ich vielleicht nicht tun. Und da ist manchmal weniger mehr. Aber... Ich bin halt nicht so der taktische Typ. Hat man glaube ich gemerkt. Oh, wir haben noch drei Minuten. Vielleicht habe ich ja Glück und kann noch ein bisschen was für die Mülltonne da finden. Aber es müsste normalerweise komplett gleich abgebrochen werden. Wäre halt natürlich doof. Hätte ich das gemacht. Wäre damit durchgekommen. Und dann die letzte Minute da drüben rein. Und dann habe ich halt den Rest. Oder kann dann ganz in Ruhe das machen. Das wäre halt ein bisschen doof. Das wäre zwar irgendwie gut, aber das Problem ist ja halt, was ich da umsonst kürre. Oh. Gucke mal. La 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 la. Ab in die Öfen. Ab in die Öfen. So. Weißt du, das sind schon bloß drei, ja vielleicht vier Dinger. Ach schade, der ist jetzt gar nicht da. Wollte mich verarschen. Die hat wieder so ein Gesundheitsding dabei. Das ist eigentlich ganz geil. Aber wenn ich das habe. Ja, das ist, weil du jetzt cool gucken musst, das Typ. Ah, vielleicht hier drüben noch. Au. Hat der jetzt echt einen Hammer oder sowas nach mir geschmissen. Das für ein Penner. Gucke mal. Nee, doch nicht. Ach, hier ist er. Hä? Nein, nimm das mit, Mann. Nein. Mein Fehler, ich muss er gedrückt halten. Ich muss gedrückt halten. Ach, guck mal, da ist ja der Nächste noch. Wo ist denn der Ofen? Au. Dann habe ich den aus, was ich mit runter geholt. Auch geil. Ah, hier. Scheiße. Nein, 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 nein. Lass mich das schaffen, bevor ich sterbe. Dankeschön. Vielleicht, vielleicht habe ich ja Glück und meine Thesebewerbe erhältet sich jetzt. Es wäre echt schön. Alter. Wieder fast 50 Minuten, ne? Sorry. Sorry. Aber, ah, nee. Aber das werde ich auf jeden Fall im Spiel machen. Äh, damit ich, ich weiß nicht mehr, ob ich das machen muss für eine Trophäer. Wahrscheinlich schon. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Huh, what? Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich wollte ja wenigstens noch gucken, ob es dann da wirklich weitergeht. Damit er auch wisst, dass das dann morgen da weitergeht. Weil viel mehr haben wir jetzt im DLC einfach nicht. So, endlich ist der weg. 1,22. Es wäre möglich gewesen. Wie gesagt, ich gehe ja bloß nochmal rüber. Kann sein, dass das dann komplett gleich abgebrochen wird. Vielleicht habe ich aber auch Glück, ich darf das noch zu Ende machen. Ich war kurz davor. Aber weil sie sich halt nicht ausgeschissen hat beim, ne? Ich schiebe es einfach auf sie. Beim Daten analysieren. Weil das hat echt lange, warum das auch immer so lange gedauert hat. Weil ich war ja gut dabei. Ich war ja gut. Weil jetzt kann ich mir echt Zeit lassen. Okay, jetzt höre ich es aber auch nicht. Das wird wohl... Ich muss mal gucken, wie viel das sind. Ah, okay, gut. Drei Leute auch. Ja, gut. Ist ja ein Fehlgeschlagen. Und da, so kommen wir wieder raus. Schade. Schade. Wäre auf jeden Fall machbar gewesen. Wäre auf jeden Fall machbar gewesen. Wahrscheinlich... ...einen einfachen, zwei, die relativ kacke liegen. Also damit werde ich wahrscheinlich meine meiste Zeit verbringen. Schade. Aber wie gesagt, dann habe ich was für einen Stream. Ich werde wahrscheinlich in dem Stream auch nichts anderes machen. Weil ich werde das dann erst spielen, wenn ich mit dem DLC so weit durch bin. Aber wenn es halt gerade so Spaß macht und wenn ich halt gerade mitten in der Steuerung auch drinne bin. Und da ich Ewigkeiten nachdenken muss, woher muss ich noch mal drücken, damit ich jetzt hier schnell nach vorne komme. Ist das, glaube ich, schon besser. Bis ich es dann erst mal wieder beiseite liege. Oder beziehungsweise von der Play sie schmeiße. Bis dann das nächste DLC kommt. Schade. Schade. Ist aber ein schönes Ding. Ist aber ein schönes Ding. Ich will jetzt bloß noch mal gucken. Ganz schnell. Halt mich nicht hier rein. Ganz schnell. Ob sich da jetzt was getan hat oder nicht. Ich kann es mir bald nicht denken. Und ich hoffe, das dauert jetzt auch nicht zu lange. Äh, warte, das haben wir auch hier unten, ne? Das war... Wo war denn das? Transitzugang? Eingestürzte Abteilung. Ja. Wie gesagt. Da brauche ich ja eigentlich dieses Objekt, glaube ich. Glaube ich mal, um das da durchzuführen. Oder muss das dann bekämpfen? Keine Ahnung. Aber dafür müsste ja erst mal was da sein. Und dann wüsste ich auch, okay, ich kann ja dann weiter jetzt aufnehmen noch. Damit ich das auch... Nein, ich will nicht sagen rumhabe, aber damit wir das auch gemacht haben. Was dasselbe gerade ist, merke ich gerade. Entschuldigung. Ich überlege halt immer, was ich jetzt... Oder die ganze Zeit jetzt, was ich hier in den scheiß Ladebildschirm sagen muss. Nicht, weil ich die nicht rausschneiden will. Das wollte ich ja eigentlich machen. Liegt vielleicht daran, dass ich irgendwie das Gefühl habe, mich rechtfertigen zu müssen. Keine Ahnung. So. Gucken, ob ich Glück habe, dass es hier sowas wie einen kleinen Reset gab. Wenn nicht, dann muss ich halt ganz in Ruhe schauen, wo ist das... Wo die Würfel sind. Vielleicht brauche ich auch gar keine Würfel und bin voll auf dem Holzweg. Da muss ich erst mal gucken, wo ich überhaupt hinkomme. Da unten komme ich überhaupt da rein. Ich verstehe es halt nicht. Für mich wäre es halt sinnig gewesen, okay, du brauchst drei Würfel. Dann kriegst du jetzt Traum. Ich kann ja mal versuchen, ob ich aus irgendeiner Abteilung Würfel herkriege. Und dann muss ich halt hier recht lange hinlatschen. Dann kann ich das euch wenigstens ersparen. Ja, ansonsten sage ich trotzdem vielen Dank fürs Zusehen. Auch wenn die Folge jetzt wahrscheinlich fast eine Stunde ist. Ist aber irgendwie gefühlsmäßig normal bei dem Spiel. Egal. Mir macht es auf jeden Fall viel Spaß. Alles klar. Vielen Dank. Und wir sehen uns dann morgen zur weiteren Folge wieder. Bis. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.